Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enclave. Ja, beim letzten Mal haben wir die Prinzessin Jasindra entführt, da sie anscheinend die einzige Jungfrau in der gesamten Welt ist, in den gesamten Outlands und in der gesamten Enklave. Denn sicherlich wäre es auch einfacher gewesen, jemand anderes aus der Enklave zu entführen, der nicht eine schwerbewachte Prinzessin ist. Also so ist es ja nicht, ne? Aber naja, egal. Und da haben wir eine Karte gefunden, die uns nach Hochtal führt. Und das ist nicht das Hochtal aus Herr der Ringe. Kommt Ihnen Herr der Ringe in Hochtal vor? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ne, Bruchtal war es, ne? Aber irgendwo kommt mir Hochtal her bekannt vor. Ich bin mir aber nicht sicher. Ist ja auch egal. Wir werden jetzt auf jeden Fall dahin gehen. Und zwar in den Level Ballista Bombardement. Ja, wir können gar keinen Charakter aussuchen. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Die Ruinenstadt von Hochtal. Ja, ihr erinnert euch vielleicht noch an das eine Level in der Lichtkampagne, in der wir oben auf dem Turm saßen mit unserer Kanone und den Gegner abschießen durften. Das ist so ähnlich. Nicht ganz gleich, aber so ähnlich. Ja, wir sind ein Bombardier. Das wollte der Jack Smith sowieso mal, dass ich den Bombardier spiele. Also hier, Jack Smith, nur für dich spiele ich jetzt den Bombardier und bombadiere. Okay. Ich muss erst mal das Zielen angucken. So, wir haben einen erledigt. Okay, da oben sehen wir, wir können tausend Goldstücke sammeln. Dann gucken wir mal, dass wir das auch hinkriegen. Das ist jetzt so ein bisschen wie so ein Arcade-Shooter, wo man dann einfach saß mit seiner Lightgun davor. Ich spiele jetzt leider nur mit der Maus. Mit Lightgun wäre das hier, glaube ich, ziemlich cool. Und dann immer schön die Gegner abschießen durfte, wenn sie aus Fenstern geguckt haben und so. Da gab es ja auch auf dem NES einige Titel. Ah, zu langsam, verdammt. Naja, das war nicht so effektiv. Aber da gab es zum Beispiel auch von NES, ähm, boah, wie hieß denn das? Hogan's Alley, glaube ich. Oder LA? Nee, Alley. Ich glaube, Alley spricht man es aus. Die Gasse. Also Hogan's Gasse. Wo man dann auch Sachen abschießen, Leute abschießen durfte. Natürlich immer nur die richtigen Leute. Ja, hier, also wenn ich den Oga abschieße, dann gibt es garantiert Minuspunkte. Ich will das jetzt gar nicht mehr ausprobieren. Oder es macht gar nichts. Das kann natürlich auch sein. Äh, das sieht hier aber eher so aus, da nicht ständig Horden kommen. Kann es sein, dass wir jetzt schon Gold verloren haben, da wir da nicht alle auf der Brücke getroffen haben, als sie da langgelaufen sind. Genau. Ja, ich kriege die aber auch nicht getroffen. Das ist unglaublich. Das müssen wir nochmal üben. Oder ich müsste es nochmal üben, besser gesagt. Jo, aber das ist eigentlich das gesamte Level. Viel spannender wird es auch nicht mehr. Aber ich finde, das ist mal so, weil man ist die ganze Zeit halt unterwegs und läuft rum und bekämpft Gegner. Und ich finde, das ist mal eine coole Abwechslung. Schönes kleines Minispiel zwischendurch. Vor allem, es ist ja ein optionales Level. Man muss ihn nicht mal machen. Wobei, die tausend Gold zu kriegen, das ist schon ein ordentlicher Boost. Vor allem, wenn man sich die besseren Rüstungen leisten möchte, die dann ja wohl oder übel bald kommen. Nein, ich helfe dir nicht. Ich helfe dir mit meinen Pfeilen, wenn es das ist, was du willst. Aber das bezweifle ich irgendwie. Ja, aber eigentlich läuft es ja ganz gut. Solange sie nicht hier auf der Brücke kommen, muss ich das zielen nochmal üben. Muss ich genau die Brücke treffen? Weil sonst... Neun! Na toll. Natürlich kann ich auch sterben, aber ihr seht an meiner Lebensenergie. Bisher ist das jetzt nicht so das Problem. Die können nicht besonders gut zielen. Also zugegeben, ich kann auch nicht besonders gut zielen. Mit dieser Ambus. Aber das liegt halt auch mit daran, dass ich kein... Kein Fadenkreuz habe. Ich treffe die einfach nicht auf der Brücke. Was soll denn der Mist? Ich muss da genau die Brücke treffen, aber es ist nur dieser kleine Steg. Weil wenn ich den Zaun treffe, das bringt überhaupt nichts. Ja, okay. Das lief doch schon mal ein bisschen besser, zumindest. Ich hoffe wirklich, dass es mehr als 100 Gegner hier gibt, die ich abschießen kann, weil sonst... Sonst sieht das übel aus. Aber ich meine, es wäre so gewesen wie bei dem anderen, dass ich da tatsächlich... Wow, das sind aber viele. Dass ich da tatsächlich genug Gegner hatte, um die 1000 Goldstücke bequem zu erreichen. Ansonsten wäre es ja auch echt ein bisschen fies. Vor allem wesentlich schwieriger als das auf der Lichtseite, wo einfach unendlich Gegner kommen, bis man halt drei durchlässt. Na, mit meiner Lebensenergie sieht es auch nicht mehr so gut aus jetzt. Ja. Okay, vielleicht kann ich das auch machen. So ein bisschen an die Häuser schießen, wo sie hinlaufen. Cool, den habe ich getroffen, bevor er überhaupt rauskam. Schön. Ich hätte gern einen Heiltrank. Vielleicht geht das hier auch so lange, bis ich tot bin. Das kann natürlich auch sein. Okay. So, 840 haben... Ja, okay. Game over. Das ist anscheinend... 84 Feinde besiegt, 840 neue Goldstücke wurden hinzugefügt. Ja gut, aber das wollen wir natürlich nochmal machen. Oder ich will es zumindest nochmal machen, weil ich würde gern die 1000 Goldstücke kriegen. Aber es ist gut zu wissen, dann müssen wir nicht das durchspielen quasi. Dann müssen wir einfach irgendwann Game Over gehen. Was passiert, wenn ich den Oger abschieße? Kann ich das überhaupt? Na, wenn ich ihn mal treffen würde. Ach ja, am Anfang ist das so relativ langweilig, weil einfach keine Sachen kommen zum Abschießen. Ich meine, für euch ist das wahrscheinlich auch nicht besonders spannend. Aber egal. Ihr könnt ja das Video überspringen, wenn ihr es nicht mehr schauen wollt. Viel Spannenderes wird auch nicht passieren, ja? Denn den nächsten Level mache ich dann in einem eigenen Video. Dann kann ich auch hoffentlich wieder vernünftig reden, ohne mich die ganze Zeit zu verhaspeln. Boah, das ist furchtbar. Ich muss mal vor den Aufnahmen demnächst irgendwie so Sprachübungen machen, so Lockerungsübungen. Das wäre wahrscheinlich eine ganz gute Idee. Naja, immerhin habe ich den Heibling noch erwischt. So, 10% haben wir geschafft. 12%, um genau zu sein. Aber da liegen noch einige Gegner vor uns. Also noch liegen sie noch nicht vor uns, aber sie werden bald vor uns liegen. Ich frage mich auch, wer dann immer die Fenster wieder zumacht. Vielleicht sind das ja magische Fenster. Ja, bestimmt. Hallo? Die Gegner da? Jawohl. Oh, ich habe gerade gesehen, der Name war auf Englisch. Jetzt steht da Elfenjägerin, aber gerade eben stand da Elven Huntress. Da haben sie wieder schlampig übersetzt. Es gibt jetzt auch die deutsche Version von Enclave auf GOG. Die habe ich nicht angefangen, weil es, als ich das letzte Mal angefangen habe, nur die englische Version gab. Ich habe mir noch nicht angeguckt, wie die deutsche Version aussieht. Ich vermute mal, weil meistens die Spiele auf GOG, die Releases, eine bessere Qualität haben als die auf Steam und besser funktionieren. Vermute ich mal, dass auf GOG die deutsche Version richtig deutsch ist. Also auch die Erzählungen im Buch richtig deutsch und da stand schon wieder Elven Huntress und dass halt die Übersetzung auch richtig ist und nicht so komisch wie in der Steam-Version. Also ich habe es auch definitiv mal in der richtig deutschen Übersetzung gespielt. Das war ja so, wie ich das erste Mal gespielt habe. Da war das alles deutsch. Also auch alle Zwischensequenzen. Da nichts mit Untertiteln. Das waren deutsche Erzählerstimme. Ich verstehe halt bloß wirklich nicht, warum das in der Steam-Version ist. Aber naja. Ich weiß nicht. Ich mag Steam meistens nicht so sonderlich. Ich nutze es, weil das bleibt mir anders übrig. Es gibt viele Spiele, die es halt auf Steam gut zu kriegen gibt, die es da günstig zu kriegen gibt, vor allem wenn es Sales sind. Deswegen nutze ich das. Aber teilweise finde ich es halt ein bisschen nervig und mag es dann auch nicht. Deswegen, wenn es geht, spiele ich eigentlich immer die GioG-Version. Vielleicht bin ich da einfach so ein bisschen so ein Hipster, aber so bin ich halt. Und das mag ich eben lieber. Und vor allem gibt es auf GioG einige Spiele, die es auf Steam nicht gibt. Ja, zum Beispiel Little Big Adventure gibt es auf Steam immer noch nicht. Im zweiten Teil ebenso wenig. Ja, könnte man aufhören, auf mich zu schießen, dann kann ich auch die Leute auf der Brücke erledigen. Ich sehe schon, ich sterbe doch gleich wieder bei 800 Goldstücken. Also ich muss die auf der Brücke jetzt ein bisschen ignorieren. Das ist zwar schade, weil die einfache Beute sind, aber kannst du nichts machen. Am besten ist es ja auf Steam, wenn man dann irgendwelche Spiele hat, die es auch auf GioG gibt, die auf Steam aber überhaupt keinen Vorteil bringen, weil dann da noch nicht mal das Overlay funktioniert, also das Steam-Overlay. Das ist ja schon ein Grund. Ich meine, man hat immer seine Freundesliste, man kann währenddessen mit Freunden reden, man kann über Steam mittlerweile streamen, was ich ein ziemlich cooles... Oh, jetzt... Schon wieder an der gleichen Stelle, oder? Oh, wow, ich habe einen Feind mehr besiegt. Okay, versuchen wir das nochmal. Dann kann ich noch ein bisschen über Steam abranten. Also Steam hat echt coole Features teilweise. Wie gesagt, jederzeit in das Steam-Overlay gehen und mit Freunden chatten und dann... Die Stream-Funktion ist auch sehr, sehr gut. Bloß, wenn es dann mal halt bei einigen Spielen kein Steam-Overlay gibt, aus welchen Gründen auch immer, ja, das sind Spiele, die gibt es im Steam-Store und die haben halt kein Steam-Overlay. Ich verstehe es nicht genau. Wobei ich weiß gar nicht, ob es die im Steam-Store gibt. Ich glaube, teilweise sind das Spiele, die ich aus dem Humble-Bundle habe, aber ich meine, die habe ich ja mit dem Steam-Key dann auf Steam hinzugefügt. Ich habe sie nicht irgendwie als Steam-Fremdes-Spiel hinzugefügt. Ja, wenn da das Overlay nicht funktioniert, zum Beispiel bei Gothic 2, kann ich das gut nachvollziehen, weil es ist halt ein Steam-Fremdes-Spiel und wenn das dann nicht funktioniert, dann funktioniert das halt nicht. Aber Spiele, die direkt auf Steam rauskommen, die man per Key auf Steam aktivieren kann, ja, da sollte es ja eigentlich funktionieren. Und wenn das nicht, wie gesagt, wenn das nicht funktioniert, dann sind halt alle Vorteile von Steam weg. Und das ist dann auch doof. Was hatte ich letztens bei irgendeinem Spiel? Ich weiß gar nicht mehr. Genau, ich glaube, es war Anacronox. Ja, da habe ich die Steam-Version aber irgendwann mal aus dem Humble-Bundle geholt, weil ich hatte Anacronox vorher schon auf GOG. Und dann wollte ich das mal streamen, um meinen Upload zu testen, weil der momentan so ein bisschen rumspinnt. Und dachte ich mir, okay, dann guckt der Jack Smith dazu, wie ich das halt teste und dann zeige ich ihm einfach mal die ersten Momente von Anacronox. Und ja, habe es installiert und dann Pustekuchen ging nicht, weil das Steam-Overlay halt nicht da war. Deswegen kann man das gegen den Broadcast, die Broadcast-Funktion auch nicht nutzen. Ja. Also alles für die Katz. So, und jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren. Ich weiß gar nicht, worüber ich noch reden soll. Ja, aber das Schöne an den GOG-Spielen finde ich dann halt auch einfach, dass sie DRM-frei sind. Man kauft sie halt einfach und dann kann man sie jederzeit installieren. Man ist nicht auf eine Internetverbindung angewiesen und man kann sie sogar alle runterladen und auf eine Festplatte packen die Installer und dann kann man sie immer wieder installieren. Man muss nie wieder auf diese Seite gehen, wenn man es denn will. Man hat sie dann einfach. Man kann sie auch auf CD ziehen und von da aus installieren, auf einen USB-Stick, wie auch immer. Das finde ich halt einfach so cool. Nix mit hier, Steam muss gestartet werden, damit das Spiel gestartet werden kann. Wobei gut, man kann viele Sachen im Offline-Modus machen, aber es nervt halt einfach. Oder das Schlimmste ist ja hier Assassin's Creed. Assassin's Creed 2 habe ich jetzt ein bisschen gespielt und auf Steam mir geholt. Keine Ahnung, für 3,90 Euro oder so im Sale irgendwann. Nicht viel dafür bezahlt. Oder 2,50 Euro, ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall spottbillig. Weniger als 5 Euro, definitiv. Und ja, dann installiere ich Assassin's Creed 2. Dann natürlich obligatorisch, wie es eigentlich bei fast jedem Steam-Spiel ist, wenn man es neu startet. Erstmal hier DirectX noch installieren und Net Framework. Und hast du nicht gesehen, den ganzen Mist. Verstehe ich ja sowieso nicht, warum das immer und immer wieder neu installiert werden muss. Und dann war das fertig. Und dann wurde Uplay installiert, weil natürlich muss noch Uplay dazu gepackt werden. Wobei, das ist natürlich dann eine Sache von Ubisoft, dass das auch noch dazu kommt. Ein weiteres DRM zusätzlich zu Steam noch. Und ja, dann konnte ich es nicht starten, weil irgendwie die Uplay musste dann nochmal Sachen runterladen, obwohl eigentlich Steam das Spiel schon installiert hatte. Und das wollte irgendwie nicht. Irgendwie waren die Server gerade nicht so richtig bereit. Dann konnte ich das Spiel nicht mehr starten. Ja, schön gekauft, neu installiert, fertig. Und dann kannst du nicht starten, weil der Server nicht will. Was soll denn das für ein Mist? Das ist ein Singleplayer-Spiel, ja? Das hat noch nicht mal ein Multiplayer. Das kam ja erst in, ich glaube, Brotherhood dazu. Und selbst wenn, ich will ja keinen Multiplayer spielen. Ich will ja die Singleplayer-Kampagne spielen. Also so ein Mist. Manchmal, also manche Sachen, von denen abgehen, sind halt einfach echt nicht schön. So, und ich glaube, dass ich mich gerade über Steam und Ubisoft und Uplay und was weiß ich nicht alles beschwere, hilft gerade ungemein beim Spielen. Guckt euch das mal an. 840, wir haben noch mehr als die Hälfte unserer Lebensenergie. Aber sobald ich 1000 habe, lasse ich mich auch einfach sterben, weil was soll ich dann noch weiterspielen? Ich meine, ich glaube, ihr habt das Prinzip dieses Minispiels verstanden. Und wirklich spannender wird es ja auch nicht. Gut, dann kommen vielleicht Gegner schneller hintereinander, aber... Ne. Das ist jetzt für mich auch kein Argument. So, komm. So, wunderbar. 101. Ihr seht, ich kann noch mehr Gegner erledigen. Es bringt nichts. Dann bringt mich mal um, bitte. Ja, jetzt will ich schon umgebracht werden. Jetzt brauchen sie wieder so ewig, ne? Ist klar. Aber es hat diesmal wirklich geholfen, dass ich mich auf die Fenster konzentriert habe und nicht so auf die Brücke gegangen bin. Denke ich. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so drauf geachtet, was ich getan habe. Aber gut. Wir haben 103 Feinde besiegt. Wir haben das Gold zusammen. Schätze ich. Hoffe ich. Auf jeden Fall ist die Mission auch nicht mehr hervorgehoben. Und wir haben da 1000 von 1000 eingetragen. Also alles kein Problem. Dann würde ich sagen, geht es als nächstes in die Verliese von Eelon. und ich glaube, das ist eine Karte, die uns wieder bekannt vorkommen sollte. Ich meine, das wäre die erste Mission und die zweite Mission aus der Lichtkampagne, da wo wir ausgebrochen sind. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Werden wir dann auch in der nächsten Folge sehen. Und ich würde sagen, bis dahin. Macht's gut, ne? gesteckt.